Ich hoffe, Ihre Frau war nicht übermäßig besorgt. Ich hab nichts gesagt, aber meine Frau kennt mich gut genug. Die Deutschen haben Truppen an die Grenze verlegt. Rechts auf! Sie haben ein Recht zu wissen, was los ist. Ja, aber das ist nicht unsere Entscheidung. Allemann, aufgedacht! Wir werden die Ersten sein, die Sie treffen. Irgendwer ist immer der Erste. Erste Gruppe mir nach! Zweite Gruppe auf den Oberdeutschland fassen! Der Feind hat die Grenze überschritten. Dänemark ist im Krieg. Feuer! Ich beschütze meine Männer so gut ich kann, aber ich werde sie nicht verstecken, während ein Krieg tobt. Unser Befehl lautet, Lund auf Berg zu halten. Mann zur Wagen! Sie wissen so gut wie ich, wie es funktioniert. Befehl ist Befehl. Untertitelung vom 40.000